Und damit willkommen zurück zu Donkey Kong 2. Mit Flash. Mit Centos. Mit Donkey Kong 7.5. Was dazu sagen? Deez Conquest. Naaah, nicht Deez Conquest. Das ist aber nicht Deez Conquest. Nur das Donkey Kong Deez Conquest hat, ist das Verarsche. Findest du? Nimm. Nimm. Really? Was ist das für ne Verarsche? Ja. Oh, ich war voll übersteuert durchs Lachen eben. Ich hab's grad bei mir gesehen. Das hast du echt super gemacht, den Flash muss ich dir sagen. Ich mach das halt so. Das war super. Stirb. Ja. Guck mal, er ist gestorben, er ist ins Wasser gesprungen. Nein. Und tschüss. Oh nö, warst du da? Sie war da noch, ne? Ja. Sie ruft schon. Lass mich raus, iss iss iss. Ach ja. Ah, die guten alten Haken. Wieso jeder mag. Nur die Haken kommen in den Garten. Ehh. Mal leben. BAM. Ah ne. Slack glaub ich ja. Hä? Ich hab keine Ahnung ob das leckt. Ich hab mal einen FPS ausgeschaltet. Nein, ich hab gesagt select. Achso, select. Ich hab verstanden, select. Nein, lecken tut's nicht. Ich hab unten die FPS wieder ausgeschaltet. So langsam nervt das. Na fetti Fettsack da oben. Oh. Oh, leck, leck. Jetzt leckt das. Jetzt hat's geleckt mit einmal. Und jetzt auch wieder. Fetti Fettsack. Fetti Fettsack. Yay, renn durch, renn durch. Das geht. Ahm. Yay. Ich hab über Angst, wenn ich nicht richtig drücke hier. Fliegen. Okay. Hehehehehe. Dun 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 dun. Dum 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 dum. Und tschüss. Nein. Nein, Willy. Kurz vor dem Ziel. Warum sind die Sounds so verspasst? Verspasst? Und ich hab alles gefunden. Das ist nicht wahr. Yay. Aber du bist rausgeflogen. Ach mann. Jetzt fängt der schon wieder gut an. Ja. Das stimmt. Fängt der schon gut an? Schäme ich mich. Scheiß jetzt unten auf das andere Ding da. Schäme ich mich. Schäme ich mich. Du schämst dich? Ja. Am dritten der Hölle abzukacken. Ich kann's bei den Eislöbeln verstehen. Und nicht bei denen hier. Autsch. Ja, ich... Was soll der Scheiß? Oder du hast einfach so dicke Finger. Ja. Mehr hab ich nicht. Mann. Ey. Doch. Jetzt geht... Jetzt geht das wieder los. Jawoll. Das Gefäde geht wieder los. Ja. Guck mal. Guck mal. Siehst du eigentlich was der Hintergrund ist? Die Insel. Ich weiß. Hab ich schon gesehen. 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 Ha. Ha. Das war auch gut eben. Dass du abgestürzt bist. Ich weiß gar nicht warum die da nicht drangegangen ist. Die Alte. Wie für einste. Oder so. Die Alte? Ja. Ja. Wieder durchrennen. Der Junge ist etwas. Gib. Soll er sich noch ein Leben. Wieder. Dass er verloren hat. Aber durchrennen jetzt. Oh ja ist klar. Ja. Ganz vorsichtig jetzt ne. Egal. Noch ein Leben holen. Wollte mit 100 Leben rausgehen. Ja. Mit 100. Weil zum Beispiel den Schwung hättest du mit Dixie nie machen können. Ach mit Didi. Ja. Wollt schon sagen. Dixie. Ja. Ich glaub den verrecke ich gleich schon wieder. Es leckt. Gut wie ich bin. Wie. 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 Warum leckt das jetzt. I don't know. Wie. 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 Was macht. Der ist gar nicht da. Ok. Ich drück dann beim Start wenns zu leckt. Ok. Würde ich sowieso machen. Boah. Das war knapp. Boah. Das ist so nervig ne. Wie gesagt. Ich drück. Ich drück. Ich drück nach oben. Und der springt einfach so zur Seite. Oder der geht einfach so zur Seite. Da ist der Controller etwas. Mitgenommen. Oder nicht so mehr ganz. Der ist eigentlich neu. Ja. Neu kann auch von der alten Produktion sein. Das ist ja einfach nur in einem Lager lagen. Ja. Das kann sein. Selbst wenn er ne USB steckt hat. Ja. Wo war der Affe da? Auf der Seite kam er ja ne. Ja. Kommt er. Ah hau ab. Hallo Kroko. Krokodok. Krokodok. Hui. Hui. Das Ding hätte einfach jetzt kaputt gehen müssen oder weg fliegen. Ja. Du mich auch. Ich. Wär ja komisch. Weil bei dir ist das ja nicht passiert. Ja bei dir extra. Hui. 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 Ehrlich? Unten ist da ne Kugel. Ja ich weiß. Boah was mache ich hier eigentlich? Ich bin ja einfach unter dem. Ja. So. Meins. Du dün 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 dün. Dün 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 dün. Dün 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 dün. Dün 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 dün. Das ist halt immer das Problem wenn Spiele nicht online für online sind. Ja. Das stimmt. Da unten ist das G drinnen. Wo da unten? Nein! Scheiße! So streckt man Content. Das ist schon alles durchgeplant hier. Das machen wir extra. Genau wie Abstürze, das machen wir nur extra. Ja, das machen wir alles extra. Die Decks wurden extra eingebaut im Spiel. Ich hab das Geh, 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 das ist ein bisschen komisch mit dem Controller, wirklich. Hey, wo war'n das jetzt? Mal rüberfliegen, ne? Ah! Ja, wenn man's kann. Ja, ich weiß, ich hab's grad gemerkt. Ich dachte, wo alles Geheime sind. Eigentlich müsstest du anfangen, das wär immer sinnvoll. Ja, aber dann haben wir richtige Leckse. Dann haben wir richtige Leckse. Egal, ich würd die Lecks in Kauf nehmen. Ach, Fick dich, Slash. Mann, ey. Du kannst auch mit der Schnelltaster schneller hoch, ne? Weiß. Das ist echt merkwürdig, dass der immer zur Seite geht dabei. Tja. Das liegt an dem Controller. Oder an deinen Fingern. Vielleicht muss ich... Oder das. Vielleicht muss ich auch. Ich scheiß grad auf das Ding, echt. Obwohl. Einmal probier ich noch. Ja, fuck. Ja, vielleicht muss ich auch nochmal kurz... Nächstes Mal ausmachen und dann wieder anerst. Vielleicht auch da dran. Kannst du nicht einfach nur einmal nach rechts drücken? Nein. Ja, dann ist das ein bisschen komisch. Ja, dann ist das ein bisschen komisch. Geht alles hoch und runter immer. Nicht links und rechts. Jetzt geh einfach alles hoch. Ja, mach ich doch grad schon. Ja, willst du mich verarschen? Naja, ist ja dieser Knopf etwas zu dick oder so, keine Ahnung, dass er die andere drückt. Ich darf vielleicht nicht zu teuer aufdrücken. Kann auch sein. Ja, das wäre mal sinnvoll. Ja, mach nochmal. Geht doch noch zufällig das Leben. Einfach rösspringen scheiß drauf. K-k-k-wow. Endlich hab ich das scheiß Leben geschafft. Kockenschule. Die Tische sind ja eigentlich fünf. Und man darf keine Taste drücken, das ist so schrecklich. Ja, ich weiß. Du musst warten, bis das steht und dann erst. Nein, dann musst du runter gehen. Ja, ich meint, du musst warten und dann musst du es runter drücken. Hast du nochmal so gespeichert eben? ja aber ihr wollt die geld von mir die alte nein ich meinte mit der speichertaste hast du die speicher nein ich wollte mit der oben oh maul du arschgeige maul du arschgeige ich bin nicht doof darüber zu springen oder was flunder 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 Und das geht nachhören Ah ne, man kann ja in so einem Spiel nicht mehr zurück Ah, ich weiß gar nicht wo der war Keine Ahnung Safely Safely? Ja Also wo das O war, war auf jeden Fall da der Fisch K-N Die Stars Ich will nix von dir Ja Yay Oh nein, nicht von da Was machst du da? Gehst du da hinbleiben? Ja, merk ich schon Die Krabbyfische, wo sind sie da? Ah, nein, nicht Nein, 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 Wolfgang Färben Sicherlich nicht Oh nein, du F... Ha, 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 ha Und durch Mann Verwirrt Ich dann im stinkenden Holländer Singenden Holländer Ja Der labert auch hier nur scheiße, ne? Ja, Opie labert auch nur kacke Bla 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 Das ist ganz viel Äh, äh Museum verlassen Aber was da alles im Hintergrund ist, ne? Din 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 Ja Din 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 Wollen wir dann erstmal speichern? Ne, mach mal ihn ruhig Schaffst du schon in zwei Minuten Wieso? Ja, ich weiß Ist doch nicht so groß Du denkst ja nur, dass ich verliere Äh Habe ich immer Ja, entweder die dritte oder die vierte Immer die Nein, nicht immer Ehrlich Ja Really Ja Really 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 Fuck Ja, ist klar Arschloch Das Hallo Aber das Ding hattest du ja mitgenommen, ne? Nein Nein Sicherlich nicht Ich hab tatsächlich mitgenommen Ne, wieso nicht Pfff Fuck Ich nehm doch nicht alles mit Hm? Ich nehm doch nicht alles mit Ne, wieso nicht Wir wollen ja keinen 100% spielen Nö, ich weiß Hups Meine Bananen Ich glaub du solltest wirklich die Tasten nicht so festdrücken Wieso? Oder hast du grad extra hochgedrückt? Ich hab komisch Schluss gelassen und verloren jetzt schon wieder Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country 2 Ciao, ciao Tschüss Tschüss das